Unsere Superpatronen sind zu 100% in Deutschland recycelte, aufbereitete und wiederbefüllte Originalpatronen. Mit jeder Superpatrone leistest du einen wichtigen Beitrag für die Umwelt, sparst Ressourcen und CO2 ein. Druckerhersteller wie etwa HP sammeln wie Superpatronen leere Druckerpatronen. Jedoch schreddern sie die Patronen und trennen dann die Rohstoffe in energie- und wasserintensiven Verfahren. Kunststoffe, die nicht im Müll landen oder wie die Metalle verkauft werden, kommen in weit entfernte Produktionsstätten und später als komplett neu hergestellte Patronen nach Deutschland zurück. Lange Transportwege, hoher Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß sind die Folge. Nicht so bei Superpatronen. Nachdem du deine Patronen kostenfrei zu unserer Manufaktur gesendet hast, sortieren und testen wir, welche Patronen gut erhalten sind. Im Schnitt können 70% wiederverwendet werden. Die restlichen 30% gehen in die stoffliche Verwertung. Die Patronen, die sich zur Superpatrone eignen, werden von unserem Team in fünf ausgeklügelten Schritten hergestellt. Zuerst wird die Patrone demontiert, um sie mit Druckluft und Zentrifugen zu reinigen. Danach wird sie wieder zusammengebaut. Defekte Teile werden ersetzt und die Patrone schließlich neu befüllt. Bevor die recycelte Patrone verpackt und CO2-neutral zu dir geschickt wird, unterziehen wir sie einer genauen Qualitätskontrolle. All das geschieht in unserer Manufaktur, im Herzen Deutschlands und ohne den enormen Ressourcenverbrauch der Originalhersteller. Superpatronen – wiederbefüllte Originalpatronen made in Germany. Superpatronen – wiederbefüllte Originalpatronen 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 – wiederbefüllte Original